warum weswegen ja nur hier wo hatte toni sich das ja eigentlich ausgebaut hier wurde er ich hab hier noch was für ein half mit der spitze hat mich töten gleich slimes ist das ernsthaft hat schon gemerkt dass die schaden reinhauen alter vierer ziehen wir zwei herzen ab die dinge das wird noch was kommt bald magnesium flanken das mein ich ja gar nicht manche bei mir das ist aber gut hier slimes 13 minuten haben wir noch ja ich muss gerade eben slime catchen machen hier ja die 40 kleine da schon allein raus mich verharschen xp punkte kommt zu mir ne vergete ich hau den raumstamm lieber mit der faust ab und kann bock die axt zu nehmen er darfst du auch nicht ne aber du nimmst ja einfach eine normale steinachs ja die ganze nehmen das reicht aber die wir mal echt dafür machen obwohl ich kann auch ein eisenhaken davon auch vom eisen haben wir jetzt gut was so jetzt halt mal ein bisschen das gefluppi auf hier hat er in die kiste wo die ganzen ärzte und so drin dann aber erst mal ball auf muss rein und ich bin und spinnen auge so ein aber das ist ja war auch rein damit scheiß drauf man zieht unsere küsse unten aussehen aber mittlerweile gehen ja glaube ich dir es geht ja eigentlich schon ich meine nur glaube ich dir einiges wieder zugemüllt ich kann schon was aus dem rucksack weg tun da sind schon mal diese tanks wieder und tschüss wo ist denn hier nö das wollte ich gerade nicht hallo hi ich hab das bei euch die dusche runtergeschmissen ach komm muss ich ja wieder aufnehmen ja jungen musst du dich bei black bedanken schmeißt doch hier vorne bei mir irgendwo in die kiste rein oder in die white chest weißt du du läufst extra für so nen kack den weg hier runter ja ne ich hab das runtergeworfen hinten den gang juckt mich nicht kann doch die spawnen das voll egal ja musst du spawnen und die bindings kann man auf jeden fall noch benutzen laber einmal laber einmal laber einmal und das nervt immer so n bisschen wenn black so nen scheiße baut ja der hättest es auch im ehesystem anwelfen können ja ja ähm dick da ja übrigens sind auch wieder bienen drin ne ja aber ich hab momentan genug bien hm hm deswegen ist es nicht so tragisch vorerst ah hm hm aber hab ich schon mal ein duke zu werden oder was ja pff es geht so schnell ne magnese warte mal jetzt maul zombe ehrlich ich pack ihn mal hinten hin das sieht zombe immer so nerven ne ah die müssen nerven klar er kann noch ein bisschen produzieren 21 flaschen und das nächste magne somit hergestellt das ist nicht das ist voll zum kotz es ist wasser es kommt wasser rein ist es fertig ist das dämper oder wie heißt ich weiß gar nicht mehr wieder heißt natürlich das andere war schon eben schon wieder reingetan 82 seiten kann nicht passen nee marie kalt ja wo ist der muri geh mal wieder auf der mod marie kalt ja da und deswegen kommen auch da die algen diese komischen gelben gehirne muscheln unter wasser ich glaube mein kopf ist gerade abgeschissen jaja nee doch nicht danke schade wo ist es denn hier hat es dir gegönnt aber das war mir klar ja saumel inkubator inkubator top flop top 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 ne muschel caster ingot caster auf 5 von den briggs ich krieg den apple was ich mir da wieder vorgenommen habe ehrlich schaden ich hab keinen schaden du hast einen schaden 1 2 nö ach nö oh ich hab noch 2 einmal da zack 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 und ich brauch noch 2 4 8 steine vor allem wenn du so ein seehaus räumst küsst das mal schön hier ähm sand gravel was denn sonst hey was clay kriegst du dann so du kannst auch schwärme craften ne ja mit wolle und schlimm wie geht das mit wolle und schleim muss da natürlich aufpassen die haben fetten radius ne ja aber wenn wo wenn das ringsrum alles dicht ist dann geht das doch äh die gehen auch über äh umkreisungen also die machen ihren ich weiß gar nicht was haben die 7x7 oder so äh ich hab das einen query genommen ich weiß auch ja äh jetzt auch so ja ich sag die schönen sind ganz gut kannst du da was da bauen hätt ich das gewusst hätt ich das gemacht hättest du gefragt hättest du hättest du dir gesagt ne äh mich auch das ist doch nochmal so ein stein nein ein stein danke komm der nächste für dich danke ich schaufel kommt gar nicht hin wirklich dazu sich zu reparieren ne wenn du die darauf benutzt auch nicht das dauert ja oft benutze ich die gar nicht aber das dauert wirklich viel zu lange dass die sich heim machen eigentlich ja aber ich brauch's ja kaum das meiste hol ich ja mit der turtle raus oder eben kurz sand dann ist sie schon wieder aufgepeppt kann ich die turtle ja hier grad nicht machen lassen ne so oh schon zu ende zentos ne ach oder vertue ich mich fünf minuten noch fünf minuten noch das ist aber nicht ich hab ne stunde eins vorher gehabt oder war das ne stunde sekunde ich hab zwei stunden neun Minuten ne stunde eine minute und hier hab ich ne stunde neunundfünfzig naja ach scheiße ja das kommt weil du gleich wieder schneller angemacht hattest als ich naja kann wohl sein das kann wohl sein mit dem sicher zerbunden nein so die dinge weiß ich nicht wie die funktionieren das hab ich noch nicht ausprobiert aber wie gehen die dinge aus ich bin jetzt zu weit rein aber egal das kommt ja ich spiel da alles weg ist das ja nicht warte mal da muss ich die in den ofen reinschmeißen naja hab ich den fern das gehabt ja fängt leider ne so auch nicht hui jetzt muss ich überlegen wie das ging der gleiter ist echt geil oh das muss ich testen nach der aufnahme ja ja sonst mach ich nicht einen fehler mit dem magnesium das wäre nämlich ein bisschen scheiße ach ich bin's lustig ich bin's lustig ich bin's lustig 24 bucket magnesium weg ach quick slime mh ist gut alles gut sind los so pech 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 so noch magnesium kommt schon so ach da kommt natürlich wieder wasser durch naja klar schön oh hier muss ich unbedingt auch eine stromzufuhr hin machen damit der liquid transposer erst ein bisschen mehr energie bekommt so fuck ach das reicht sonst dun 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 oh wo bist du denn liquid duckpipes da hab ich mich wieder verbaut ach mal schauen wie weit du bist ich kann nichts entgegen fliegen ne nö nö ach boah ich mich verarschen ja ja centos ist klar was denn ist klar ich übertreib doch gar nicht nein weißt du du sagst ich übertreib das ding ist doppelt zu groß ähm willst du mich verarschen ja das ding wirklich doppelt zu groß sieht man doch ja sieht man doch eindeutig hm du mich auch hm das ist doch mal so ja der kann wieder dazwischen der kann wieder dazwischen so da kommen noch holzchen ah das ist doch schon sehr schön hier die decke mache ich noch nicht dä 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 wir lassen alles brauche ab wieder im keller jump 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 kann man schon mal hier ein bisschen zu kleistern zack 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 und das passt voll mit dem holz hast du gerade das passt voll mit dem holz na ja noch aber irgendwann musst du vielleicht mal stein benutzen oder ja klar und sein holz sieht auch ein bisschen langweilig aus dem wasser kann das ja so bleiben dann dass das so nur das holz runter geht schon naja von außen siehst du das dann nicht aber von innen kannst du covers an die wände hauen oder so ja musst aber dann auch dass wenn du was an der wand machen willst wenigstens die covers richtig setzen ja ich weiß dass ich da noch was platzieren kann ordentlich ich weiß ich hab das ja bei 17 mitbekommen so das auch fertig wollen wir das macht platziert er dort und dann kann er ordentlich was hinsetzen dass da noch was platzieren kann ja ja ist noch schauer oder heißen xp schauer so und dann würde ich sagen war es dann für die aufnahmezeit schon mal wieder ne ja und bis zum nächsten mal bei das minecraft team ciao ciao